Mach einen Finger runter, wenn du bei einem Test schon mal gespickt hast. Mach einen Finger runter, wenn du schon in mehr als drei Leute verliebt warst. Mach einen Finger runter, wenn du schon mal bei einem Film geweint hast. Mach einen Finger runter, wenn du mehr als eine Stunde am Tag auf TikTok bist. Mach einen Finger runter, wenn du schon mehr als fünf Leute geküsst hast. Mach einen Finger runter, wenn du irgendeinen TikToker schon mal in echt getroffen hast. Mach einen Finger runter, wenn du schon mal eine Fünf auf deinem Zeugnis hattest. Mach einen Finger runter, wenn du dir schon mal selbst die Haare geschnitten hast. Mach einen Finger runter, wenn du schon mehr als drei Beziehungen hattest. Mach einen Finger runter, wenn du länger als vier Stunden mit jemandem telefoniert hast. Mach einen Finger runter, wenn du verliebt warst in eine Person, die aber nicht in dich verliebt war. Und mach einen Finger runter, wenn du einen TikTok-Boy gut findest, aber du weißt, dass du eh keine Chancen bei ihm hast. Nein.